Mein Süße, wir ziehen echt zusammen. Ich freu mich so. Ja, Monika? Ups, ich dachte man sieht mich nicht. Hallo, da ist die Kamera, da stehst du, das ist eine Linie. Alles right? Ich hab Liebeskummer. Du kannst einfach mein System übernehmen. Pass auf, du hast Liebeskummer wegen Mann A. Dann steigst du am besten direkt mit Typ B ins Bett. Hi, ich bin Josef. Leni. Um dann zu vermeiden, dass du wegen B Liebeskummer bekommst, suchst du dir natürlich so schnell wie möglich den nächsten, also Typ C. Meine Tasche hat sich verhackt. Ich bin jetzt kein Groupie oder so. Ich bin geil. Leni. Und hast sofort mit dem Sex. Und so weiter und so weiter und so weiter. Wann hat denn das ein Ende? Wenn ich das ganze Alphabet durchgeschlagen habe. Ich bin ja schon mit einem Typ total überfordert. So, und was ist bitte das jetzt? Das Klopapier? Ja. Wissen Sie, ich benutze jetzt schon seit über einer Woche die Partyselfen von meinem letzten Geburtstag. Und schon wieder zu viele Details. Entschuldigung. Cyber-Beam. Bin ich da richtig? Du denkst aber schon, Mann, wenn du dir da jemanden aus dem Computerkurs abschleppst, das doch Kondome benutzt. Machen wir ja wohl auch nicht immer. Vielleicht mache ich ja sogar einen Dreier. Ich bin natürlich nicht mit einem anderen Typen. Ich kann eine Freundin anrufen. Nee, aber ich will ja auch nicht mit einer anderen Frau. Du willst einen Dreier, aber ohne Sex mit einer anderen Frau oder einem anderen Typen? Nee. Aber was macht denn dann die dritte geschlechtsneutrale Person in deinem Traumdreier? Vielleicht irgendwas Schönes vorlesen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gleich losgehe, falls du mich noch kennenlernen wolltest. Was machst du denn hier? Wir waren verabredet? Schon wieder? Sam, hat dir schon mal jemand den Tipp gegeben, dass das Leben nicht immer so läuft, wie man sich das vorher ausdenkt? Ist das so, sie weißes Orakel? Ich habe wirklich nur einmal ganz kurz auf die Maus geklickt, aber ich glaube, ich habe das Internet gelöscht. Hast du morgen schon was vor? Ihr seid doch genau die unbumsbaren Arschnasen, von denen man früher nicht hat abschreiben dürfen. Wir sind Gegner. Wir lieben die gleiche Frau. Hast du was getrunken? Drei Bier, die Flasche Wein, die zwei Jabas und dann das andere Zeug. Richmond Valentine hat mit biologischen Waffen experimentiert. Was werden Sie jetzt tun? Wir werden Valentine ausschalten. Versammeln Sie die Kingsmen. Vergn Forest spagortun辛k. Anrufballs?